Also, so wie wir das machen, das können nur wir. Das ist ein ganz anderer Weg und ein ganz anderes Köder-Konzept. Das gab es so bisher, meines Wissens, und viele andere sagen das auch, gab es nicht. Es ist mit allen Sinnen wahrnehmbar, dass wir da irgendetwas schaffen, was den Köder komplett verändert.